Nach Pleite gegen Deutschland Die deutschen Handballer stehen bei der Heim-WM nach einem 22.21 Uhr gegen Quartien im Halbfinale. Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Martin Strobl. Quelle, Sitt Die knappen Niederlage gegen das DHB-Team wirkt bei der quatischen Handball-Nationalmannschaft noch nach. Nun hat der Verband reagiert, und erhebt schwere Vorwürfe. Quartiens Handballverband hat nach dem 21.22 Uhr im entscheidenden WM-Hauptrundenspiel gegen Deutschland einen Beschwerdebrief an den Weltverband geschrieben. Dies bestätigte die IFA Mittwoch dem Nachrichtenportal Spiegel Online. Die Kroaten, die auf einen offiziellen Protest gegen die Wertung der Partie verzichteten, listeten darin mehrere Fehlentscheidungen der dänischen Schiedsrichter Martin Gierding und Mords Hansen auf. Quartien hatte durch die Niederlage am Montagabend die Chance auf den Einzug ins WM-Halbfinale eingebüßt. Schon unmittelbar nach dem Spiel hatte Trainer Laino Zafar die Referees heftig kritisiert. Die Schiedsrichter haben sich nicht fair verhalten, sagte Zafar. So etwas habe er in 45 Jahren als Trainer noch nicht erlebt. Ganz besonders in Rage hatte die Kroaten ein angebliches Stürmerfoul von Ior Karacic gegen Vepien wieder in der umkämpften Schlussphase beim Stand von 21.20 Uhr für Deutschland gebracht. Zafar, Lee, sucht das Gespräch mit einem offiziellen Während der Partie gegen Deutschland. Quelle, Sven Simmon-Imago Die Unparteiischen räumten inzwischen ein, diese Situation falsch bewertet zu haben. Eines der Kriterien für ein Stürmerfoul ist, dass der Verteidiger im Moment des Körperkontakts steht, sagte Gierding dem dänischen Fernsehsender TV2. Das war in der Szene nicht der Fall. Ich musste das Video nicht oft ansehen, um zu erkennen, dass es eine Fehlentscheidung war. Er habe deswegen nicht gut geschlafen, so Gierding. Sein Kollege Hansen meinte, jeder, der in seinem Job einen Fehler macht, weiß, wie unangenehm das ist.